So, ihr habt auch weitergeflickt, jetzt geht's auch weiter. Mit der nächsten Folge, Link's Awakening. Da passen wir doch nie in der Welt durch. Hast du mal gesehen, wie groß unser Kopf ist? Na, das ist so. Oh, man kann zuhren. Das ist aber neu. Nee, das gab's hier auch schon. Okay. Da war das nur schlechter zu erkennen, dass du damit rausgelöstet bist. Oh. Ich komme schon daran gar nicht erinnert. Ich meine, das ist so lange her. Was ist das denn? Eine Schutzwäsche. Das ist quasi jetzt... Das andere war, dass du mehr Kraft hast, aber jetzt kannst du mehr ausmachen. Außer natürlich, du stützt irgendwo runter. Oh, das da oben sieht eh aus wie... Ja, da passen wir einen Schlüssel. Genau. Weil du nur dieses Fliegevieh töten. Weißt du? Oh. Kisten, 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 kisten. Ein kleiner Schlüssel. Das andere, wo die Kiste kam, das ist so... Das erinnert mich auch an Orcarina auf Time. Da kam das auch. Diese Melodien. Die Melodien sind ja über die Selda-Spieler. Meistens gleich mit ihm. Du kannst auch neu gehen. Oh. Ich glaub, da fehlt dir im Schluss. Oh. Achso. Oder so. Jetzt hast du das Glück nicht. Das war nicht meine Absicht. Oh. 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 Du kannst gar nicht mehr hier quatschen. Und Kompass. Und die sehen schon irgendwie gemein aus, oder? Ja, die haben so'n freundliches, fieses Lächeln. Haha, freundliches, fieses Lächeln? Ja, ganz plötzlich, viel leichter. Aua. Haben wir gekonnt, äh, gezeigt, wenn wir das nicht gemacht haben? Was hab ich da jetzt eng gesagt? Das waren drei Herzen. So. Sieht komisch aus, oder? Ja, weil er das halt ziemlich auf der Stelle macht. Haha. Du musst dir schon erst gegen dein Schild rennen lassen. Oh, du Lüchse. Nee, das war... Die Tastenbelegung ist doch merkwürdig. Nein, ich sterbe nicht. Nein, ich sterbe nicht! Nein, ich sterbe nicht. Nein, ich sterbe nicht. Was macht der Wurm da? Dich verarschen. Ja, wieso richtig? Weiß auch immer, du bist stür. Wir haben keine Schlüssel noch. Genau. Beim Start konntest du noch nach links. Aha. Geh zurück zum Start. Das ist zu hoch. Nein, da ist zu hoch. Da kommst du nicht durch. Du stehst nicht rein. Hm, beim links brauchen wir Pum. Hier gehts aber erst viel, viel später. Ja. Ah. Du musst nicht in jedem Raum jedes Monster besichern. Wieso ist der denn so rüber? Warte nur hier auf den Knopf. Kann ich die auch... Warum kann der die nicht zeitlich öffnen? Das ist schön. So, was gibt's hier so? Aber hier musst du sie besiegen. Okay. Ha. Give it to me. Oh. Huah. Ich hab Angst. Stürb. Vorsicht jetzt vor Aschenwärter. Kompass. Was hilft der mir? Okay. Und du siehst hier noch die Kisten. Das ist wahrscheinlich Bombe. Da hast du Endgegner. Es gibt hier keine Bombe. Ja, äh. Die linke Kiste erreichst du mit den Bomben. Achso, die wendende Bombe hättest, ja. Ja, müssen wir jetzt hier und da. Jetzt kannst du wahrscheinlich die Kiste da oben, ja. Du könntest halt mit dem übernächsten Raum mal nach rechts gucken. Im übernächsten Raum nach rechts. Gibt's kein Rechts. Ja, du meinst du? Ich hab den Zwischengang vergessen. Äh. Ist dir jetzt voll gepulvert. Ja. Ich hab auch so gesehen im falschen Lob gedrückt. Die Karte! Wird überbewertet. Siehste, das Wichtigste hier. Zum Ende. Verpasst. Geht alles auch so. Bei Perth of the Wild gab's so'n Shishi auch nicht. Dann gab's ja auch keine richtigen Dungeons. He, keine Volumen. Die fallen schon recht häufig. Hm. Aber die kann ich auch so nicht töten. Ne, das war der falsche Knopf. Stopp. Was war das? Dein Kompass. Das hier ein Schlüssel drin ist. Der Kompass ist quasi das neue He-Navi. Hehehe. Große Schlösser. Der Boss-Schlüssel. Stimmt. Hieß der nicht so? Ja. Stand da jetzt besonders? Große Schlüssel. Okay. Boah, der eine innen, der andere außen. Und dann noch das hier. Ups. Ich hab Angst. Ich glaub da musst du die schlagen, dann bleiben die stehen. Und dann muss die aller die Ausfläche zeigen. Das ist gleich. Verdammt. Verdammt. Wissen wir, das sind wir noch nie untergekommen. Stefan, wir sind hier drinnen. Kannst du dich an die erinnern? Ja, du darfst auch was machen. Doch. Caro ist Trumpf. Pieck ist Trumpf. Hast du gut gemacht. Der Schnabel. Ich darf jetzt aber nicht nochmal überall lang. Ich glaube, die erzählen dir immer was über... Gegner. Auch den Endgegner, wie man den besiegen kann. Gar nicht. Na. Oh, ich bring die durcheinander, Mensch. Die Knöpfe, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was wirken. Ich war eh nicht. Ich hab einfach so lange draufgehauen, bis es halt... Ist das nicht gut? Ja. Oh. Und das ist das Portal zum Anfang. Genau. Sind wir hier? Cool. Das sieht trotzdem auch komisch aus. Mhm. Ich dachte jetzt eher die hängenden, aufgehangenen Personen dort oben. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass das im Original drinne war. Hm. Was könnte ich denn nicht sagen? Müsst du das Original nochmal spielen? Buss. Buss. Raus. 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 Ach so, das war ja. Ja, ja. Schwanz trifft. Immer das Gleiche. Hey! Voll verarscht. Siehst du, es blieb nicht das erste Mal. Ich hab die nie widersprochen. Ja, das macht es nicht besser. Hallo? Wie benutze ich dich? Stimme? Warte mal. Nö? Okay. Andi, ich glaube, du kommst von da aus nur zum Eingang, aber nicht hinweg. Gut, so weit ist es ja nicht. Hör mal nicht gerade, ob ein Vieh bestiegen ist. Hör mal nicht. Hör mal nicht. Hör mal nicht. Du musst dich nicht besiegen, ja. Ich muss dich nicht besiegen. Du musst dich nicht besiegen. Oh, Pfeffer. Du nimmst mir aber auch jede vor heute. So, jetzt auch. das ist auch die lehrt so gibt mir entspannt das schild nützt echten scheiß kann ich das sagen deswegen gab es Das klingt schon irgendwie wie ein Teekettel auf dem Herdvergesslich. Also so sieht das eigentlich aus, wenn ich in einem Zug hab. Es hatte dir nur noch dieser eine Schlag geweht. Pssst. Und das erste Instrument. Die Muschelgeigen. Die Muschelgeigen. Die Muschelgeigen. Da. Gut, dass ich nachgefragt hab. Guck mal, er ist ein Euter. Mhm. Guck, da kommt Euterich. Er heißt nur Eule. Instrument der Sirenen. Wobei ich keine Mythologie kenne, in der Sirenen etwas Gutes sind. Heißt nicht, dass sie nicht gute Instrumente haben. Aber ob sie dann jetzt auch hier die zwei Season Teile auch veröffentlichen? Oder eigentlich Monster 3. Ich weiß nicht. Ja. Nein, ich fall da nicht rein. Nein, ich fall da nicht rein. Aber dann. Wollt's da gehen? Wenn ich das wüsste. Wollt ihr mal so lange gucken, was für's heute ist? Das ist eine Koguti. Na ja, wenn du so nicht sagst, auch wenn du bitte sagst. Er hat die ganze Dose gepfressen. Ja, gab's genug Eisenhaut. Ah. Okay, für mehr ist er nicht da. Der bewirkt, oder? Ja. Ja, und den müssen wir nirgends machen. Noch ein bisschen. Okay, können wir aufbomben. Hier ist der Bomber, aber jetzt irgendwas. Ach so, und hier ist dann... Hm. Hier bis 10. Ich mache so ein tolles Geräusch, als sie kaputt geht. Ich bin unbesiegbar. Ich bin unbesiegbar. Ich bin unbesiegbar. Ich bin unbesiegbar. Wenn jetzt lang genug sein kann, glaub ich's auch. In der Zukunft her. $&%$%$%&%&$%&%$%&%&%&%&$%&&%&$%&&$%&$%&$%&$%&%&$%&%&$%$%&$&%&%&$%&%&$%&%&%&$%&%$%&%&$%&%&%&$%&%&$&%&%$&$%&%&!$%&%. Hier ist ein Haus. Klaus mit dir da. Wo sind die Tüten? Was ist denn ein Schnüppchen? Hm. Wo ist denn dein Name? Zieh mir doch mal was. Vibe. Peter. Fühle sich kränkliche Absort. Oh. Weißt du auch nicht wohin. Ich werde vermuten jetzt erstmal zum Sumpf zu gehen. Wollen wir da hier auch hin? Da müssen wir ran so. Bei der Karte. Ja. Da geht's nicht sichtbar um wo lang. Oder? Wollen wir auch noch mal nicht. Vielleicht geht's dann nach rechts. Sonst muss ich hier oben dann durch. Wollen wir auch. Ah, hier. Hier brauchen wir erst das Kraft anbauen. Dann wirst du wohl durch den Mund gehen. Ah, das wär'n schön schön. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und das nächste Wohnen. Seit mal. Hat geschlafen bis dahin. Nur hast geweckt wird sein Huhn. Ich komme mit dem Huhn. Mir kann ich schon sagen, dass er von einem Huhn beworfen wurde. Im Schlaf. Ich habe doch Y gedrückt. Ach, du bist das. Bei dem müssen wir irgendwann vorbei, wenn wir bei dem Tauschgeschäftsort sind. Ach so, die Kinder da, die fressen die Schilder. Ich erinnere mich. Diese böse gemein Viecher. Sein Telefon. Ich erinnere mich. Später. Ich will mir die Ehelflecht hier drücken. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich weiß da. Darum. Ohne Jüte. wo war denn der hund mensch kann sein dass da hinten wo da voll was bei der hülle ist dass wir dann erst nach oben wenn du nicht stürbst zu spät oder hier Aua! Du gibst mir auf der Sonne hier. Was soll? Was ist das böse Gehtpick? was zum mehr ist hier nicht wir müssen wohl drauf gerade schon Ich glaube, die sind jetzt in Bumbald mit dem Hund. Da auch ziemlich ging es auch noch anders aus dem Balthaus, wenn man bis jetzt noch nicht war. Meins war der Hexer. Ein Herzteil. Siehst du? Das sieht doch gut aus. Soll ich dann. Ich glaube, das ist nicht so schön, ich lege meine Musik. Er hat ja ein nettes Gesicht. Klopf, klopf, klopf. Der hat mich verarscht. Was? Was geht hier? Feuer voll fies. Voll fies. Komm her, Fehl. Wir brauchen mal ein Behälter für die Fehl. Warum? Hallo! Damit haben wir Komete gerettet. Ja, ich habe einen Wurzi. Aber was wir mit dem machen, sehen wir erst in der nächsten Folge. Reicht nämlich für diese. Aber mein Wurzi. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020